Weißt du, wie man Golf spielt? Ja. Dann können wir auch jetzt Golf spielen, ne? Kann ein Golf, war ein Telefon. Das ist ja auch jetzt nur zum Üben. Wirklich? Ja. Erstmal 20 Minuten. Was bei mir geht um den Kuchen? Das geht nicht. Wieso rollst du bitte schön runter? Ehrenball. Du bist ein kompletter Ehrenball. Ja, wow. Warte mal. Meine sind wirklich schwer. Guck mal, wie... Guck mal, ich hab grad Mist. Und ich hab auch Mist. Ja guck, ich muss das hier irgendwie richtig... Weiß auch nicht, warum ich grad noch schlecht bin. Danke! Kör. Bitte, komm da, du weißt. Hallo. Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder? Ey, das wird... ...mich jetzt so aufregen. Ich bin jetzt auf Level... Zwei. Und ich sechs. Dann muss ich meins auch schwer einstellen und deins auch leicht einstellen. Nee, komm mal, was ich hier für ne Position hab. Das kann ich auch. Das ist cool. Aber es macht's wieder so normal. Ich auch. Alter. Ja. Was mach ich hier? Ich mein, das ist so schwer. Und ich. Guck mal, wenn das reicht. Ja, du machst das ja auch nicht richtig. Du musst genau die Mitte treffen, dass er da durchgeht. Von dem Brett die Mitte. Guck mal, man hier... Ich bin grad das gleiche wie du, kann das sein. Ich hab schon. Ja, guck, wenn du nämlich die Mitte triffst, geht's eigentlich manchmal rein. Ja. Also, ob er so knapp... Ich hab das als neuntes und das als zweites. Guck, wenn man die Mitte trifft... Nein! Du hast es ja grad gesehen. Und jetzt mit einem Bug durch. Guck mal! Oh! Hä? Das hattest du, oder? Hey! Ja, das ist zwar einfach bei dir. Ja. Ja. Ich muss erstmal mit dir. Einfach nur so zack, geradeaus. Upsi. Und dann schafft man's. Oder so wie ich? Ja. Da ist so ein Wangen. Du hast auch einen einfachen. Weil wir kommen nur gerade. Ey, das ist unfair! Guck mal, das macht ihr bis du acht Ziele hast. Oh, danke! Danke, danke! Danke, danke, danke! Der muss erstmal da zum Anfang gehen. Ja! Also, der Ball ist gerade doof. Ja. Der denkt bestimmt... Nein, du hast mich jetzt zack gemacht! Leider spielt das Luca für mich bis acht, okay? Wunderlich, Luca hat sich nicht bewegt, okay? Bei seinem Bildschirm da? Wieso schießt der nicht? Ja, guck, da blieb ich ganz was dabei. Ja, weil der Ball so doof war. Ich hab das mit einem Wurf durchgeschossen. Das war knapp. Ja toll, jetzt seh ich nichts mehr. Oh! Das ist gut. Oder dieses Spaß hier. Ah, so ist mein Toll. Ich find das irgendwie... Das Golf ist gut gemacht. Und du? Ja. Warum hat man so ein Gold? Also, manche Ziele sind so einfach, da würde ich Mittel geben. Ja. Das ist meine Lieblingsstelle. Deswegen auch. Lalalalalala. Lalalalalala. Blub, 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 blub. Und das ist meine Lieblingsstelle. Oh mein Gott! Oh mein Goonnes. Oh mein Goonnes. Seht wohl meine Zähne wohl oder? Die sind doch gut aus oder? Eben, das hatte ich doch gerade. Hm? Habt ihr das gesehen? Warum krieg ich es bei mir nicht hin, um die Kurve zu schlagen? Anhalten! Anhalten! Tauchis! Ja, man sieht ein bisschen oben. Sieht dein Netz? Ja, ein bisschen nach dem Bauch. Jochen! 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 Cool! Hast du gerade gesehen, wie der da rübergekommen ist? Ja, hab ich gesehen. Alter! Oh mein Gott! Jetzt ist er schon wieder da rüber. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Geht es mal wieder hoch? Hast du gesehen, was ich gerade gemacht habe? Aber ich glaube wir müssen beenden, weil es hier nicht mehr... Guck! Es geht jetzt nicht mehr hoch da! Äh... 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 Oh mein Lol! Ich habe gerade... Oh mein Lol! Ich habe gerade noch mal... Ich habe gerade noch mal... Guck mal! Na, können wir mal... Huihuihapa! 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 Aber du schummelst! Ne, ich schummel gar nicht! Ich schummel nie! Weißt du das? Ja! Es geht auch noch da rüber! Guck mal hier! Komm schnell weg hier! Nein, 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 nein! Nein! Du musst pupsen! Das wollen wir alle sehen! Entschreiben wir nachher noch! Das war toll, ein Pups! Oh mein Gott! Ich habe den nicht geschafft! Oh mein Gott! Was war das denn? Ja! Oh mein Gottes! Hattest du die schon? Ja! Aber hier würdest du es nicht schaffen, richtig? Ja! Genau! Guck den Shit! Oh! Ich schaff's beim ersten Mal! Marschendraht! Sollen wir den nachher rein aufnehmen? Wenn das okay ist! Dann können wir noch mal drauf aufnehmen! Ich habe keine Narkose! Ja! Nein, 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 nein! Ich hab's auch geschafft! Ich hab's grad beim ersten Mal geschafft! Ich hab's grad beim ersten Mal geschafft! Ich hab's grad beim ersten Mal geschafft! 20! Boah! Sehr gut! Ich hab die Spiele ausgetrickst! Oh! Ich bin nicht da oben! Ich hab's nicht! Ja! Ich bin irgendwie kaputt hier! Ja! Oder? Schaff ich? Schaff ich es? Ja! Ich bin 15! Also ich mach jetzt noch ein bisschen mehr! Oder? Nee! Ich glaub den ist lang, weil ein Jäger hat gewonnen! Ja! Ich hatte das irgendwie beim ersten Versuch geschafft! Weißt du? Ja, weißt du! Ich hab's ja gesehen! Ich krieg den Shit hier irgendwie nicht hin! Das ist doch einer, oder? Nee! Ist das nicht ein? Warum guck doch auf das auch! Hier ist es besser! Und jetzt werd ich es! Das ist deine Lieblingsstellung! Ja, ich glaub so! Das hier ist ein doofer Controller für mich! Er sieht cool aus, aber ich kann ihn nicht steuern! Das ist halt mein Controller! Der ist meiner! Ja, aber damit spiel ich! LOL! Ja, LOL! death! Das hier ist mein Leben! Das hier ist ja so! Ne? Das ist echt schön! Das hier ist der Schlange! Das hier ist das worship! Das hier ist mein Leben! Was ich das?